Jawoll, Anruf beendigt. So, dann machen wir mal Drift Contest. Drift Contest. Jetzt aufs Neue. So, oh Mann. Okay, ich hab zwar gerade keine Lust drauf. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das was bringt, weil mit dem Golf, wenn ich mir jetzt wieder einen abbreche, mussten wir eine neue Karre besorgen. Boah. Alter. Ich glaub, den Golf können wir erst... Können wir erst hinterher aufrüsten. Weil... Ich glaub, wir müssen inzwischen... Nein! Oh, du Fisch. Ja, du musst auch noch rüberziehen hier. Denk an die eigene Kurve, Virus. Boah. Boah, da gibt's aber... Okay, scheißegal. Nein! Wollen wir schon wieder aufdrücken, Alten? Ja! Ah, komm! Ah, kacke! Ja, ich fahr ja schon. Muss Punkte haben! Ah, komm rum! Ah, das wär so schön eine große Kurve gewesen, aber nö! Ah, der muss hier rein! Oh! Das ist echt hardcore! Nein! Wow! Das ist aber auch eine scheiß Kurve hier unten, Alter! Leck um mich am Hai, ey! Da kann ich nicht lange Kurve machen, wenn da schon wieder ein paar Sandmüll kommt. Jo! Eigentlich sollte man da ja driften, ey! Aber der Golf, der kommt einfach nicht auf Tour. Der kommt nicht hoch. Auf Dauer werde ich mit dem Ding nicht glücklich. Oh, nee, egal, fahr' ich hinterher mit, aber... Wow! Yay! Ja, komm rum! Das haben wir geschafft! Jo! Das haben wir geschafft! 59.000, 60.000, 60.000, ja, doch! 61.000, geil! Yes, yes! Aber, jo! So, driften zählt halt! Scheißegal, ob der das erste bis oder nicht, aber... Let's zweifen, Karl! So, haben wir geschafft, nicht, nicht? Oh, Robin, hier! Ruf dich zurück! Ja, dann... Ruf dich zurück! Ja, dann... Zipi! Zipi, komm hier! Nein! Dann ruf mich zurück, ist mir egal! Ich mach' jetzt, äh, die Karte! Doch, warte mal hier! So! Genau! Dann machen wir das jetzt noch mit! Was ist das jetzt hier? Teleportieren! Dass auch wieder Drift ist, kommen wir ja gut dabei weg! Ja! 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 Schaut auf jeden Fall mal auch, äh, äh, bei, äh, mein, äh, Dead by Daylight Folgen rein! Ist auf jeden Fall unterhaltsam! Kann ich euch nur mal wärmstens ans Herz legern! Legern, äh, Speed, äh, Sprintrennen! Ah! Uh! Okay! Komm, wir versuchen's mal! Vielleicht schafft der Golf ja dat noch! Und man kriegt eigentlich sehr schnell Geld hier! Und viel zu sammeln! Ähm, aber... Das lange, ähm... Jaaa! Ich merke jetzt schon, dass ich da mit dem Golf nicht wirklich hinterherkomme! Boah! Boah! Jaaa! Manchmal ist das echt irreführend, wie die Scheinwerfer hier leuchten! Ob die jetzt links, oder sind die jetzt rechts? Also, ich hab da ein bisschen Probleme! Boah, Leute! Sechster! Jaaa! Jaaa! Zu früh! Ich hab da ein bisschen abkürzen hier, aber leider zu spät gesehen! Es ist ja auch alles bunt beleuchtet, das Wasser da drauf, damit das noch so ein bisschen, äh, für Ablenkung sorgt! Aber wie? Boah! 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 Wie?! Ich komm noch niemals auf den Ersten mit so einer Kacke, ey 18 von 20, okay Fick dein Hirn, Alter Jetzt kann ich nicht mal abbrechen, Alter Hey, hier komm, verhafte mich, ey Den Scheiß hab ich keinen Bock mehr Mal gucken, wie so eine Verhaftung überhaupt aussieht Jippie, Virus geht in den Knast Deswegen Raserei Und das ist teuer Naja Vielleicht hätten wir's, wir können da schaffen So ist es denn nicht Ich will raus, die Garage Ich weiß gar nicht, was ich in der Garage soll Nee Anstatt mich da stehen zu lassen Hier fahrt, aber da kann ich weiterfahren Hab er bezahlt dafür Das ist Need for speed Ja, schön Okay, dann Halt an Halt an du Wandermoped, ey So Dann machen wir Ja, genau Man ist es gefahren Man hat es aber nicht geschafft Aber trotzdem machen wir den Haken hin Das ist total irreführend Ich finde das einfach ein Kacke So Ja 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 So, also machen wir den Quatsch nochmal Gucken, ob wir diesmal für besser dran halten können Hey Irgendwas nervt mich hier jedes Mal so So, komm GTI Boah Ein bisschen beschleunigen hier das Wow, 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 Golf Ich weiß, du kannst die Kurven gut nehmen, aber krieg dich unter die Kontrolle, Digga Ja, ich fahr da schon, aber der Golf kann ich so schnell Ja, ist klar Genau Ey, ja What the fuck, ey Boah Darfst du an dieser Ecke hängen? Ich denke, Alter, ja, genau Ah Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey Schutzbesoffenen alten Ranzdrü Ich brens auch noch, ey Nee, nee, nee So meinte ich Ich schaff nicht mal ein Rennen in durchgehender Form, sondern muss drei, vier, fünf, neunmal starten Nur um dieses verkackte Rennen zu kriegen, oder was? Ich glaub mal ein Hamsterbonat hier, ey Wenn euch das gefällt, dann schreibt mal das in die Kommentare Virus im Rage-Modus, aber Geile Unterhaltung What geht, ey, Wichser? Halt deine Klappe Willst du dann so dein, dein erstes Lieblingsauto haben, ne? Einster Golf Und dann Die haben sie aber, äh, so wenig, dass du nicht mal ansatzweise den irgendwie so auftunen kannst, dass du hinter diesen blöden, äh, Vögelslein daherkommst, sondern du musst echt Geld ausgeben, um eine blöde andere Karre zu kaufen Ist das echt mal, äh, scheiße Ja, warte, du Nee, nicht bremsen Gas geben, Golf Ja Meine Fresse Dann Kommt er nicht rum, weil er einfach Oh, ey Ich weiß nicht, der Golf, der macht irgendwie, ähm Boah Na, komm schon, ich muss nach oben, Mann Ja, auch, man, komm doch hoch, Mann Das Ziel, ja, ey Oh, der ist, äh, wird er, ey Ich, ne, wird er, kann ich's vergessen Ich muss mir ein anderes Moped kaufen Tja, das wird dann halt Zeit Ich will aber kein Geld ausgeben Scheiße, Mann Du, fick hier, du Lauch Erfolg, hä Ich, ich, ich such noch mehr Läufe Wir sehen uns da draußen Äh, wahrscheinlich, was sie gewonnen hat Fahre, wenn's heißt, fahre mit Dann hat sie gewonnen Äh, alter Verwalter Okay, dann machen wir das, was er jetzt will Wir zwingen die Routen, die Manu ausgekundschaftet hat Okay, die sind gelb Versuchen wir uns da mal an Mann, oh Mann, oh Mann Danke, Amy Erstmal, äh, da, dass du das geschafft hast, ey So, woher man ist, äh, da Teleportieren Junge, 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 Junge Ey, da kriegt man echt Also ich krieg schon Herzgas Wo ich kann es mir mal glauben Hier ist es auch Preisen, okay Hier kommen wir mal bei den, ey So, komm, Lademodus Jalla Hau, Rinder Ey Das ist so wahnsinnig süß Driftversuch No, frei Dann machen wir mal wieder ein paar Pünskes, jo Bits wir die Routen, wahl Oh, ja, sieh Okay, Junge, Kameralo Okay, Manu ist eigentlich mal so ein Drifttyp, oder wat? Ja, du blöde Kackkrücke Ich brauch ein anderes Moped Kommt nicht hoch Und wir kriegen auch Ah, du Fotze, du verdammte Ja, dieser Wämser, dieser Beschissene Er kommt Er steht gleich Boah Hat gezählt Arschloch Eierloch Alter, aber Wer denkt sich so so kranke Strecke aus, alter Ihr seid hier besoffen, oder wat? Wer fährt denn so im Schwachsinn? Oh, Leute, Leute Krass ist wert Oh Oh, 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 oh Oh man, oh man, oh man, oh man. Oh, kurz vor Level 26, schau mal eine an, bin gespannt, wie viele Levels da gibt, ey. So, hier, was hat er? Wow, was soll ich sagen? Du hast mich inspiriert, haha. Wenn du noch so einen Lauf hinlegst, werden wir das Ding hoffen. Weiter zum Kumpel. Alles klar, komm. Mach mir direkt die nächste hinterher, das ist ja nicht schwer. Ich denk, da läuft es gut, dann kriegst du meinen Kuh, Anita. Arsch tritt, aha. So, warte, Zeit fahren. Äh, oh, verdammt. Nam-Kuh. Oh, Zeit fahren. Oh, mir blüht was. Ich weiß, ich soll es nicht machen mit dem Auto. Okay, wenn du das Training hier schaffst, können wir weitermachen. Boah, wieso immer ich, ey? Alter. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Oh. Oh. Ja, ist klar. Du Scheiß, du verdammte Karre. Wer denkt sich denn so ein Karabims mäßigen Kackmist aus, ey? Dann bleibt die Karre wieder dahin. Boah, du willst ja wissen, was da auf einmal kommt und wieder springen muss, ey. Ach komm, du Kackkarre. Mann, mach du Blöder. Misthaufen, ey. Boah, ich schwör dir, Alter. Ich sollte nie wieder Autorennspielen, Alter. Da geht mein Herzblut auf, Alter. Ohne Scheiß. Ne, aber Oh, ich lieg da mal wandern. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Äh-äh-äh-äh-äh. Ich will mich mit dir... Ich will mich mit dir zum Ziel finden. Komm. Komm, mach jetzt nicht ein und vergaser hier. Alter. Oh. Ah. Ja, komm, 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 komm. Oh. Beweg dich. Komm, du Lama-Staubsauger. Boah, ey. Alter, das war knapp. Junge, Junge. Das ist aber auch nicht schlecht, du, ey. Vor allem, weil er immer in der Kurve, der geht so weit runter mit der... Wir brauchen echt ein stärkeres Erwachsen. Mir beißt das echt an der Erde. Also ich beiß ja daran fest, dass ein Einser-Golf das schafft, ne. Deswegen will ich ja unbedingt mit der Karre noch so weit kommen, wie es geht. Aber ich merke gerade, da kommen ja noch unsere Grenzen. Buddy. Okay, Manu, dann ruf uns halt nicht an. Okay, Kumpel, es geht los. Bin bereit. Mhhh. Hey, hier ist Fisch. Jo. Fisch, was willst du? Hey, hier ist Fisch. Wir haben uns bei Robin gesehen. Du hältst wohl nicht viel vom Telefonieren. Das respektiere ich. Bin unterwegs noch Southport. Komm vorbei und lass uns shredden. Wir selber sehen, wie gut du bist. Bis dann. Äh. Ne. Wir brauchen ein Auto. Und das. Wir haben 124.000. Huh. Wir haben gut Kohle gemacht. Vielleicht warte ich noch. Vielleicht haben wir auch nicht mal 124.000. Hä. Machen wir mal Ort Karte. Einer vom. Oh, schwer. Äh. Äh. Ne, ne, ne. Was hat er? Okay, Kumpel. Es geht los. Bin bereit, wenn du's bist. Pack alles hin. Das hätten. Ähm. Die hätten doch echt mal diese Memo, ähm. Zu Ende laufen lassen können. Auch in dem Lademodus. Aber das wird irgendwie, äh. Haben sie das, ähm. Oh, das hören wir uns nochmal an. Oh. Okay, Kumpel. Es geht los. Bin bereit, wenn du's bist. Pack alles in diesen einen Lauf und schreib Geschichte. Echt jetzt? Das wird legendär. Ich warte. Der klingt so hoch. Ne, so einge... Äh. Event starten. Alle einladen. Äh. Sch... 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 Schlängelkönig. Äh. Ich weiß nicht, ob mir die Strecke gefallen wird. Aber schauen wir sie uns mal an. Okay, okay. Es geht los. Kann man das Laufen machen? Also, es ist ein krass, du kannst. Es ist ein krass, du kannst. Es ist ein krass. Es ist ein krass. Es ist ein krass. Ey, ey, komm. Lass dich davon nicht betuppen, blöder Golf. Oh. Äh. Kannst du auch mal mit einem Rollator anhalten? Du verdammte Drecks-Taxi-Hure, du. Mann, ey. Ich bin nicht mal richtig dagegen geknallt mit dem Golf. Mit 120. Und dann mach ich total schauen. Ist klar, Jochen. So, es bremsen. Ich mach damit, ich nicht wieder... Yay. Ja, was... Oh, das haben sie aber kacke gemacht, ey. Musst du da echt aber großartig runter... Äh. Ich weiß, wie gerade die Zähne zusammenkomme vor wie bei... So farf so the Furious da. Äh, Suki. Ich kann dir wissen, ich kann dir aber meine Gefahr hergestellt ein... Ey. Golf, hör auf, du dumme Sau. Boah. Ey, dieses Moped. Ganz ehrlich, ey. Gonguny. Fahr. Sieh zu. Klatte schick. Ja, durch die Tankstelle. Ey, bist du doof? Alter, was... Wie denkt sich denn so ein Mist aus? Aaaaah. Ich hab auch noch ein Abbild. Jesus mit den Fallen. Jesus Christ. König, der Matthias-Verkäufer. Häh, näh, näh. Hör auf, ey. Äh, ich hab keinen Bock mehr. Ja, 13.000. Wir haben 63.000 Punkte müssen wir machen mit einem 30 von 60. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob wir die Punkte hinkriegen. Boah, das gibt echt wenig, Alter. Wir wissen auch eine vorgeschriebene Zeit. Was bummel ich denn hier rum, Alter? Ja, ja, ach, hau die Karre doch kaputt, ey. Ach, du bist... Ah, ich könnt kochen. Ich könnt kochen. Ich koch vor Wut, ey. Ich kann auch noch nicht mit dem Golf. Der LKW drifft ja selbst. Der kommt nicht mehr runter. Der LKW driftet mehr. Häh, näh, 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 näh. Mach mal jetzt hin, näh, näh, näh. Rennen, näh, 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 näh. Ja, genau. Jetzt musst du mir sagen, ich muss doch wieder abbiegen, wa? Wer denkt sich denn... Oh, komm, ey. Du bist doch scheiße im Gehirn, Junge. Oh, ey, ah. Ja, es ist mir gekommen, fahr. Oh, komm, ey. Der Golf ist eine Niete. Wir haben es nicht geschafft, aber auf gar keinsten. 53, 63, 10.000 fehlen uns und dann, äh, die Zeit haben wir aber nicht, die Punkte. Von daher, äh, äh, wir sind Versager. Ne, der Golf ist Versager, der schafft das nicht mehr. Der kommt so hoch nicht, fehlgeschlagen. Siehst du, ich weiß, ich merke schon. Oh, Mann, das war knapp. Aber wir müssen das hier gut machen, wenn wir die Szene posten wollen. Fahr noch mal, ich bin bereit. Wir sehen uns an. Vielen Dank.